Musik Was man überhaupt finden, geben kann, ist außer sehr, sehr viel Arbeit, und zwar so viel Arbeit, dass ich Ihnen am Anfang schon sagen kann, Sie werden diese Aktenberge, ich komme gleich darauf, im Leben nicht abarbeiten können. Meine Mitarbeitenden müssen sich jeden Tag entscheiden, gehen Sie an diesen Berg oder gehen Sie an die laufenden Vorgänge. Derzeit sind im Fachbereich Hilfe zur Pflege 542 Neuanträge, ca. 26.000 Rechnungen, 1.148 Aktenabschlüsse und 8.613 andere Poststücke unbearbeitet. Das ist vor allen Dingen interessanterweise nur ein einziger Bereich aus den Leistungsbereichen. Dies hat zur Folge, dass Mahnbescheide vom Amtsgericht häufiger erstellt werden, und mittlerweile liegt der erste Verstreckungsbescheid gegen das Bezirksamt Pankow vor. Man fragt sich natürlich, das habe ich mich auch gefragt, wie entscheidet man eigentlich, an welcher Stelle man in diesem Riesenberg und in diesem Rückstandsdrama anfängt. Kann ich Ihnen sagen, immer wenn wir sozusagen gerichtliche Androhungen bekommen, bis hin zu Dienstaufsichtsbeschwerden, sozusagen sich die Klagen und Beschwerden mehren, ab da fangen die Mitarbeiter an, sozusagen außerhalb der normalen Abläufe zu arbeiten, sondern greifen sich die Akte, blättern die Akte auf, versuchen sie abzuarbeiten, weil, wenn wir ins Verfahren gehen, die Arbeit noch viel größer ist. Derzeit werden bei einigen Sachverarbeitern Erstanträge verarbeitet, die bereits im April 2022 eingegangen sind. Aufgrund der Beschwerden und Untätigkeitsklagen wird die tägliche Post nur noch zum Teil geschafft. Die Mitarbeiter sind desillusioniert, die haben nicht ausreichend Kraft, jeden Tag quasi wie durch Zauberhand wegzubeamen, dass sie auf riesigen Rückstandsbergen sitzen. Und diese Rückstandsberge, das ist das allerfrustrierendste, muss ich mal wirklich sagen, werden nicht weniger. Wenn die sozusagen vollen Durchblick haben und auch in die Katastrophe gucken, sagen die, das war's, ich gehe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Solange